Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir sind unterwegs in Zehnern, der Ultrakiller in seiner Yamato und ich im Miner Des Moines. Auf nach C, haben wir gesagt. Dann schauen wir mal. Kurfürst noch außerhalb der Reichweite. Alles außerhalb der Reichweite. Nee, ich könnte. Es sind aber hügelige Dinge im Weg. Kennst du hügelige Dinge? Sagt mir nichts. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Oh Lord. Das ist eine Hindenburg. Ich glaube, ich wechsle mal auf AP. Oh ja, der steht quer. Torpedos direkt voraus. Ja. Aber irgendwie mache ich keinen Schaden. Die Aschershii B ist jetzt im Halbkreis. Ja. Hat ja keine guten Geschütze, das Teil. Nein. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Dann war ich nicht. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. 1480 habe ich. 8-7. Gegnerischen Zerstörer eindeckt. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerischen Zerstörer eindeckt. Innhen. Ja. Schadekopf. Ach, dreh doch nicht. Ich kann gut treten. Sah Natasha. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Gegnerisches Schlachtschiff entdeckt. Hast du ein Radar? Ja, aber dauert noch 38 Sekunden, bis es wieder einsetzbar ist. Geht das dann bis dahinten zum Nebel? 9,9 Kilometer, nein. An alle! Verteidigen Sie den Bereich! Wird hier angezündelt. Ich fahre ein bisschen näher ran, vielleicht komme ich noch dran. 5 Sekunden, warte. Oh, ich bin offen, er sieht mich auf jeden Fall. Und an ist er. Oh, ich brenne schon wieder. Und er wird nicht sichtbar. Ich brenne schon wieder zweimal. Leck mich doch. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Wollt ihr schon erwähnt, dass ich dreimal brennen? Läuft ja bei dir. Und ich sehe den kleinen Sack nicht mal. Scheiß, Cleveland treffe ich nicht. Die Punkte rauschen schneller runter wie ich... Ja, jetzt brenne ich auch. Feueralarm! Vor der Unterstützung an! Ja, ich brenne noch einmal. 14.000 habe ich noch. Ich brenne noch einmal. Ah, im Boring, ich brenne, ne? Und vier Kilometer... Das heißt, der scheiß DD steht... Super! Ach, wirklich! Habe ich bin offen. Leiser. Hast du gesehen? Die Amato warnt. Da rechts, wo ich gestorben bin. Da steht ein... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Kronstadt auch verloren. Die beiden Vollpfosten mit der Iowa. Elfter und Zehnt. Feueralarm! Torpedos Achterhaus! Gegnerischen Kreuzer gesichtet! Musik Okay. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Wo sind die hin? Die müsste doch in meiner Reichweite sein. Aha. Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Wo ist die Hände? Wo ist die Hände? Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Das Gegnerische Team hat die Führung übernommen. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Hauptgrund, kritisch beschädigt. Kleiner Schiff 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 Das war's für heute. 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 Ja, dann bleiben wir uns wenigstens die restlichen vier Tage treu. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.